Das, was wir hier sehen, sind keine Lebewesen von einem anderen Planeten, sondern ganz normale Schweine. Nicht ganz normal, denn diese Zuchtschweine werden hier mit Steroiden gefüttert. Diese Methode benutzt man, damit die Schweine noch schneller an Gewicht gewinnen, um Futter zu sparen und sie noch schneller an den Metzger zu verkaufen. In Amerika ist das tatsächlich erlaubt. Den Tieren geht es dadurch bestimmt nicht besser. Fraglich ist nur, ob man von solchen Tieren was auf dem heimischen Teller haben will. In Deutschland sind solche Methoden zum Glück verboten. Untertitelung des ZDF, 2020